Heute 11. Dezember, also wird die 11. Tür aufgemacht und ich habe mir ähnlich wie beim letzten Mal wieder ein Thema rausgesucht, über das ich sprechen möchte. Letztes Mal was reisen, heute soll es Nächstenliebe sein. Nächstenliebe, was ganz tief im christlichen Glauben verwurzelt ist. Es steht in der Bibel schon, Liebe der Nächsten bin ich selbst, das Doppelgebot der Liebe, das gleiche ist von meinem herzigen Samariter und da gibt es bestimmt noch viele andere Sachen, die man anführen kann. Was bedeutet Nächstenliebe? Nächstenliebe war immer irgendwie, um es mal runterzubrechen, war Nächstenliebe immer für jemand anderen da sein, helfen. Wir sind im Moment in einer Zeit, wo helfen und für jemand anderen da sein, irgendwo ganz anders ist. Also mittlerweile muss man ja für seine Mitmenschen da sein, ohne da zu sein, also ohne vor Ort zu sein. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Deswegen gibt es heute eigentlich auch gar keine richtige Aufgabe, die ihr machen sollt oder irgendwo, wo ihr euch selber mal Gedanken drüber macht, sondern es ist mehr so ein Appell, eine Art Bitte von mir. Heute Morgen habe ich in die Nachrichten geguckt, so viele Neuinfektionen wie noch nie, so viele Tote wie noch nie, die an Corona gestorben sind oder die sich mit Corona infiziert haben. Und auch da ist irgendwo Nächstenliebe zu sagen, das kann nicht sein. Und auch da müssen wir füreinander da sein, ohne da zu sein. Deswegen ganz wichtig, haltet euch an die Kontaktbeschränkungen, haltet euch an die Handlungsempfehlungen, die für die kirchliche Arbeit aus Oldenburg kommen, die aber auch für das ganz normale Zusammenleben aus Berlin kommen. Und einfach auch irgendwo mal so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, weil ich glaube, es ist klar, dass sich mittlerweile Corona keiner ausgedacht hat, sondern es ist wirklich was Handfestes ist, womit wir einfach umgehen müssen. Und ich hoffe auch, dass die Zahlen jeden dazu bewegen, das zu verstehen und auch sein eigenes Handeln so weit zu überdenken und so weit daran anzupassen, wie es die derzeitige Lage oder wie es die dann derzeitige Lage zulässt und fordert. Und ferner von Corona ist Nächstenliebe aber in der christlichen Kirche auch durch unglaublich viele Organisationen, unglaublich viele Vereine, Institutionen gelebt und ein ultra wichtiger Bestandteil. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, da ist eine Gemeinde hier im Stadtnorden auch sehr stark drin verwurzelt und immer wenn man darüber spricht und wenn man mit Mitgliedern dieser Gemeinde spricht und wird immer wieder die Seemannsmission benannt, auch das ist irgendwo Nächstenliebe. Auch da sind Leute für andere da, helfen, wo sie können und da, wo Hilfe gebraucht wird. Und das gleiche ist auch ein diakonisches Werk und an sich alles, was man unter Diakonie zusammenfassen kann. Alles das ist Nächstenliebe und das ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil der evangelischen Kirche, der christlichen Kirche, aber hier nur der evangelischen Kirche. Wie schon gesagt, es gibt diesmal keine wirkliche Aufgabe für euch, sondern einfach nur ein Appell, eine Bitte von mir oder von uns. Haltet euch an die Kontaktbeschränkungen, haltet euch an die Handlungsempfehlungen, bleibt gesund, kommt gut durch die Adventszeit und habt ein schönes Weihnachtsfest. Lasst uns einfach gemeinsam 2021 wieder so durchstarten, wie wir es eigentlich dieses Jahr geplant haben, aber nicht machen konnten. Und deswegen müssen wir alle sozusagen an einem Strang ziehen, um die Infektionszahlen einzudämmen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ja, seid füreinander da, wo ihr könnt und soweit ihr füreinander da sein dürft, ohne dass ihr irgendwelche Regeln, Gesetze und so weiter verstoßt. Ja, seid ihr füreinander da, wo ihr könnt. Okay. Vielen Dank.